die die juli leute und herzlich willkommen zu einer weiteren aufnahme pvz zu sein markus jose oder wir spielen heute den pflanzenwechsel bei den absenkanonen das bedeutet wir machen wir fangen hier an mit standard der absenkanone wenn wir sterben werden wir die nächste erbsenkanone nehmen werden wir sterben werden wir die nächste erbsenkanone nehmen und das ganze natürlich streng nach reine folge so wie die letzten folgen auch schon weil er und wenn das nicht versteht dann macht euch halt überraschen die alle erbste er schon sechs erzten sehen die erzten sind ja auch du nicht ich muss hätten noch keine noch getelekt übel ist soll ich hatte bei der ersten kälte ich das ist nicht nur um das elektronische hektik wacke er hat zu Hause wo es gilt ich habe schon die zweite auf weg und zwei kräfte gelten und dritten kill und ist denn los mit dem hier sterben wir nun irgendwie sind die nicht so gut ich darf schon aufgefällt auch fit kill vorlage du hast mir wahrscheinlich hektes weg gerade den inchierer er in die auf der brücke ja hast du mir geklaut aber jetzt hab ich eigentlich weg mit dem ersten treff habe ich ihn gekillt wechseln kill also ich hab's jetzt kürzmann bei drei aber irgendwie so schon einer seite auch keine gegner ich bin alleine auf der anderen seite die ist ja alle beim tp und ich bin alleine auf der anderen jeder der ich glaube nur wird hat scheiße hier alte aber ich habe ich hoffe ich habe ja ich will gleich weil beide gleichzeitig feuer würde ich sagen hast du gesagt wird ja ich bin auch kein verrückter im selben moment kurz davor und die ist er gehabt ja ich jetzt wieder nicht damit und wir es kommt ja mal alle von der seite wo du warst naja weiter seite war nur die seite z4 der mich von hinten wieder weit hat der was hätten mit der mensch wieder trifft oder täglich sagt war wichtig und ich krieg auf die welche ja die wurde er aufgeräumt alter es ist nicht und ich bin tot will die abgütteln um es zu gehen mein gott und mein gott was alter ist in die jubel die sombrüben ohne scheiße als erbster ich bin schon mal tot wie es ist es zu viel wieder mal eine ausführlicher das heißt erzielt hat er hier wohl gefressen heute eingefallen zu ich brauche ja wir haben bei der bieger oder ich erfolgt oberge ab und glücklicherer kommt sofort der ultratäglich weg Watt und wichtig er steht er wird über die Aussage geholt die GIF es geht er abfassiert zum Schnellbeil anderen viel schneller dass er überhaupt nicht verweckt weiter es ist zu tun zählte ich muss er geöffnet erst wenn er durch gibt dies wort jetzt weiter ich habe mich erschocken wie er schnapper aber es näher uns verbündete ich habe schon wieder mit zweierst du hier mit dem giftig aber das ist ein scheiß tag ging und es verfolgt mich natürlich du bist gilt wenn ihr mal sterben würden ja aber ich die ganze leben von überall probleme weil die wieser war alle kommen alle auf der seite von johannes ich habe schon wieder den dreier streak ich vergifte die gar alle dahinten so krank wie viel die mit dem verdienst wenn du alles vergiftet ich habe einfach dauert hitmark aber die ganze zeit über durch gift schaden hinterher sind zusammen ja viel und ich bin auch tot ich wurde wieder von z4 von der der reichert wieder blick ich will nicht ich will nicht ich habe ich habe nicht vor der seite kam auf einmal seit vier bei einer freundin wieder der typ der der 0 3 gegen mich auge kommando erbster und der stelle los und ich wieder mal echt alle erbsten außerhalb der blut und wir halten es gut jetzt so ist der erste gab es ist ja schon oft berechtigt wird er gehabt aber wir haben den ausschützten lang für der spieler kinder da oder sie leider drittert ja dieser scheiß alter ich kann hakiho ja mega wurde ins gesicht ich versteckte dich irgendwas anderes war und bullshit Erbsenagent dafür Papier und Kämpfer hinter dem Boden und da kann der Schuss der Wichtete und bei der Lösung vom Gold Mg ich hätte aber doch diesen ganzen entweder die Waffen die extrem viel Damage haben oder die Waffen die extrem schnell Feuer nur die Töten nicht ist so ein weil es gab sich an der Däger durch die Strecke holt und dann kommt auf Verkauf hat wichtig 9 9 9 der Erbsenagent er ist heute auch an die Lose das ist auch vertreten und scheiße und ist noch von mir zu Prozent in der Art der Wetter wieder ein Himmel der Gefahr soll er die Bestellweuerwaffe ist ein Feld Kildauer die Sätze selbst sein reich wir uns heute überrannt haben komischerweise hat ihm gesagt gefühlt ob die jetzt nicht für viel mehr sind auf die das hat es nicht gegeben wird der gesetzes das ist aber was neu ist doch nicht auf distanz was trefft mit der oft schickt die jahre oft schickt dich alle ich bin über die gesetzliche seien erster nachkampf gedacht da als wir die auf den mädchen wenigstens hey verlegen die ausgestatteten russland dumme pion anschlag der hat zwar den tp mal kurz weggeholt habe jetzt aber auch gestorben das ist da bin ich auf den bernwerfer gelangt das ist ohne von denen denn ich habe hier war mit dem schild in splash der wett und dem kill vom all-star ob wir schon wieder ein tarn ranger von der seite das würde ich die weg geholt wenn ich aber nicht getroffen hatte oh mein gott ich wieder nichts glaubt alter in derzeit und sie wird einfach obwohl wir die ganze ok bleibt zwei mit bernwerfer habe ich verklickt ich wollte sogar auf klasse wechseln drückt aber hab da der weh zu weit oben gedrückt nach ein scheiß an überraschung von der seite und sie sind das hängen wo wo es nicht ist der zettel hat er wieder hart hier ist an der führung auch so als habe ich den Garten noch schön weggeholt wunderbar oh fuck you man ich mach mal der Heistage schnell Walder ach komm jetzt kommt so ein scheiß wo kommt denn der jetzt ja 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 äußern gibt's doch nicht gibt's doch nicht wir halten auch den Garten hier schon wieder ziemlich lange oh nein elektro war zwei elektro väter eine habe ich weggeblüht von denen glaube ich ich würde mich von allen zeiten geballert von 5 Prozent scheiß Lautsprecher die neue Nummer und der Weg er vor uns mehr vor uns genauer dann noch irgendwie Elektriker dann auch Kanonen Alter Sterbeil nicht Alter auch sterben die nicht die schon der sommer wo er geht kein schadet er ist er dort er hat gar eben kein schaden bekommen weil er was das ist die ganze zeit getroffen dass das 6 trefft habe ich angefangen schaden zu woche stückte was von wo fettig plohnschlag jetzt noch kann ich mal ja wo bist du abgab er ist hätte verschirrt hat viele und so wort war das volto blast alles gar nicht jetzt jetzt bin ich einmal durch er eigentlich sind wir ziemlich gut sogar und diese zwei sehr schlecht wird diese zwei wer er ist nicht so dass er es ist ein bilden soll er diese wirklich zwei werden wieder zwei lappen geliebt haben soll ich was stinkt für jetzt der pflanzende er war das rechts das wissen wir es ja wo bin ich nur dort mit meinem naturen nahen freiheitskrieger mit holzbrille weiter der baller auf die ganze zeit aber irgendwie wo die mehr mir hat es sondern unendlich was man bei dir kommt nur aus seiner mein gott sind da viele hier kommt sich nur ein äußerer bei mir kommt so ungefähr 20 da kommt alle alle her aber ich habe schon alle schon 3 3 von alle getötet und jetzt ist da ich vier von alle getötet doch scheiße fünf von alle getötet alter und ich habe noch nicht mehr leben verloren sind es doch scheiße ich habe fünf stück von dem weg geholt ohne leben zu verlieren ich habe ihn schon wieder alle gehen wieder auf mich habe ihn alter des sievers trink warum denn ich hier alter fick dich alter scheiß mit denn du alter erst wirst nicht sterben und jetzt kommst du von hinten ach das trick ich habe mich halt nicht zu spaß ich würde schon irgendwie für michal das langweil so hart ich habe mich halt nicht zu spaß ich würde schon irgendwie fünfmal vertreten das trick alter das ist kein oh gott wie auf mich dieser scheiß mega vorne das doch stehe stirbt man stirbt doch alter um kommt jetzt zum scheiß aus der schon wieder mal der ganze garten ist vor ich bin wie du dich aber so aufregen kannst das ist unglaublich 11 ja wenn die mit ganzem kommen das langweil dann kann die anderen das nicht können 12 oder wenn du allein wenn du allein bist vom Pylonenanschlag angegriffen wirst aber neben dir irgendwie so fünf Leute sind okay 13 das trick 13 das trick ich habe sie immer auch dahinten oder was ich versuche hier wegzukommen aber es ist unmöglich es kommt die ganze zeit neue jetzt bin ich tot seit vier wieder sind so viele super commande dort fängt dich mit einem scheiß begeraketen aber leute ich würde sagen halt wer bewiesen die standard erbselkanone ist ziemlich geil nachdem denke was hat abgezogen einfach muss ich nur die gute position suche und damit man schaden von oben austeilt weil dann ist sie nämlich richtig gut wirklich zomber da wirklich zomber da weißt du schon wo der tp ist ja links bin dabei und hat den zerstört gut hier rechts könnte ich auch die ganze zeit wieder welche ich bin ich gerade abseiten und ich weiß nicht ob hier der tp ist weil dann wäre das so wahnsinnig wie hier auch zu heifeln alter jetzt haben sie was was fassbier rockwurf boah eh eh nee also ich kann mich eigentlich ganz überhaupt nicht beschweren ja du hast auch ein deutsches in der chris wieder ab gerade ja und daran sieht man eigentlich dass die gegner nicht so gut sind weil ich habe mich ja nicht mal bemüht die serie am laufen zu halten seit ich bin reingehren boah an mann es kommt wieder so ein scheiß sarkzombie von hinten und ein tarnüberrascher ist doch gay ist langweilt mich wieder der dreier streak ja du kämpfst halt irgendwo nein ich halte einfach die tür hier indem ich die ganze zeit den gang hier runter renne und die bekämpfe wir sterben die wollen die wir sterben ja vorlage geil jetzt kostet zu viert da habe ich keine chance der anleitung jetzt bin ich tot so ich bin tot und sie kämpft die gab das gar nicht die ganze zeit allein gehalten da aber ja auch konnte erzielen hinter uns das scheiß röster karte weil die alle hier hinten aus dem waldkopf herauskommt warum weiß du sie die der lage den garten zu kämpfen weil sie alle noch bei sich haben die ganze zeit auf der anderen seite alle rum aber es sieht so aus als würden wir mal wieder die burg halten die burg ist einfach so eine feste wenn es ausgeglichen sind gewinnen die schloss wenn es ausgeglichen die teams sind gewinnen die schloss ist klar z bier schiss scheiß dreck alter bier schiss scheiß dreck alter bier schiff er bei der radzone langsame feuerade so krass jetzt kommt hier hier ist halt jetzt war doch die garten sichern wenn es das jetzt nicht schon war seit der 60 extra zeit ja fliegt hat so viele boden das war er hat sich dumm aus schritten aus ich weiß auch nicht aber es war doch lauter boden und hier rum 5650 würdst du im vierten jahr hier leute ich würde sagen das war meine ziemlich geile runde hier klassen wechsel mit der absenkanone hier bei plans versus zombies wir gehen noch mal die statistiken reine 2,71 akd abschuss meister abschuss serie vorlagen meister und damit leute würde ich sagen sehen wir uns das nächste mal wir haben dann ein super klitzer päckchen für diese schöne runde und damit servus und ciao ciao ciao